Rockfun24, damit du weißt, was läuft. Ach, da bist du ja! Samstag, der 28. März in Frankfurt. Meine Güte, was haben wir uns von Rockfun24 drauf gefreut, denn heute ist wieder Streamfestival. Ja, es ist wirklich Wahnsinn, wie viele Bands sich aus ganz Hessen bei uns beworben haben, um hier in St. Peter wieder ordentlich abrocken zu können. Und die sieben besten Newcomer haben wir für dich ausgewählt. Und seit einer guten Viertelstunde ist es schon laut in dieser altehrwürdigen Kirche, in der Jugend- und Kulturkirche St. Peter in Frankfurt, um genau zu sein. Und wie geil es war, das kannst du dir jetzt angucken. Da bist du ja, Mensch, komm schnell! Wir warten alle auf dich! Und wie nah ist es spät, als ich nach Hause komm und freu mich auf mein letztes Bier! Prost!